Willkommen zum X-Tipp Spieltagstipp zum fünften Spieltag der Kreisklasse 6. Heute mit Pascal Görge von der SV Eidelstedt Dritte Herren. Alles klar, legen wir los. Am Freitag, den 26.8. um 19.30 Uhr geht's los mit Blankenese 2 gegen West 1-2. Dein Tipp? Ich denke, dass wir Blankenese mit 2-1 gewinnen. Alles klar. Am Sonntag geht's weiter. Ihr, der SV Eidelstedt Dritte, gegen Appen die Erste. Ja, da es langsam mal Zeit wird, dass wir die ersten Punkte holen, sage ich 3-2 für uns. Irgendwelche Torschützen im Sinn? Das erste Tor wird unser Spielertrainer Sascha Pump machen und die anderen beiden Tore erzielt Hassan. Alles klar, weiter geht's um 11 Uhr am Sonntag mit Sternschanze 5 gegen Blau-Weiß 96 die Dritte. Es wird ein enges Spiel, aber ich glaube, das wird Sternschanze mit 1-0 gewinnen. Alles klar. Lokamp 2 gegen Standard Alu. Ja, ich schätze Alu besser ein, also 2-1 für Alu. Kosmos Wedel gegen Lurup die Dritte. Das wird Lurup mit 2-0 für sich entscheiden. Weiter geht's mit Heidkram 2 gegen Stelling. Ja, da denke ich, wird Stelling mit 1-0 die Oberhand halten. Und zu guter Letzt der Tuss Osdorff, die dritte Mannschaft gegen Holsazia Emshorn 2. Also Holsazia ist so stark in die Saison gestartet, da wird Osdorff die auch nicht stoppen können, deswegen sage ich 4-1 für Holsazia. Auch dein Tipp zur Meisterschaft, Holsazia? Ja, das finde ich zu früh zu sagen. Wenn das so weitergeht, hat Holsazia die allerbesten Chancen, aber da will ich mich jetzt noch nicht festlegen. Musik Musik Musik